Herzlich willkommen zum Singenden Adventskalender. Heute mit Simon Becker von der Villa Wertvoll singen wir das Lied mit Ernst und Menschen Kinder Nummer 10 im Gesangbuch. Viel Freude und singen Sie mit. Mit Ernst, o Menschen Kinder, das Herz in euch bestellt. Bald wird das Heil der Sünder der Wunder starke Held. Von Gott aus Gnad allein, der Welt zum Licht und Leben versprochen hat zu geben bei allen Kehren ein. Bereite doch feintüchtig den Weg dem großen Gast. Macht seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst. Macht alle Bahnen recht, die Talast sein erhöht. Macht niedrig, was hoch steht, was krumm ist, gleich und schlicht. Ein Herz, das Demut liebet, bei Gott am höchsten steht. Ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugrunde geht. Ein Herz, das richtig ist und folget Gottes Leiten. Das kann sich Recht bereiten, zu dem kommt Jesus Christ. Ach, mache du mich Arme zu dieser heiligen Zeit. Aus Güte unter Warmen, Herr Jesus selbst bereit. Zieh in mein Herz hinein, vom Stall und von der Krippen, so werden Herz und Lippen dir allzeit dankbar sein. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020